Hallo meine Lieben, und auch hier gibt es ein kleines Vorwort, weil auch dieses Kapitel wieder Erotik enthält und ich das für YouTube natürlich wieder rausschneiden muss. Nur dass ihr drauf gefasst seid, es könnte sein, dass zwischendrin mal ein Stückchen fehlt. Wie immer, es wird alles zusammen auf Spotify geben mit expliziten Inhalten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Draco schleppte die ein wenig perplexe Hexe ins Bad, setzte sie dort ab und drehte tatsächlich das Wasser der Dusche auf. Schnell kletterte er unter den warmen Wasserstrahl, präckte sein Gesicht hinein und schloss für einen Augenblick seine wunderschönen Augen. Amina starrte ihn an, hatte er doch noch nie zuvor ein Mann so deutlich seine Liebe gestanden. Mehr noch, Draco zeigte ihr diese Liebe mit jeder seiner Handlungen. Fast hätte sie die erwartungsvoll ausgestreckte Hand übersehen, die er ihm nun hinhielt. Nun komm schon, das warme Wasser ist wunderbar. Sie stieg zu ihm unter die Dusche und ließ sich unter den warmen Wasserstrahl in seine Arme ziehen. Kurz entließ er sie dann daraus, um sich tatsächlich zu waschen. Nach einigen Augenblicken nahm Hermine ihm die Flasche ab, ließ eine kleine Menge auf ihrer Hand laufen und begann Seife sanft auf seiner Brust zu verteilen. Nie verlor sie dabei den Blickkontakt zu ihm und konnte beobachten, wie sich die Farbe seiner Augen veränderte, einen dunkleren Ton annahm. Als sie ihre Hand über das dunkle Mal an seinem linken Unterarm gleiten ließ, wollte er diesen erschrocken wegziehen. Sie aber hielt ihn unerbitterlich fest. Nein, lass mich, Draco, ich möchte das tun. Draco aber legte seine Hand nun über ihre, verdeckte diese ganz. Du bist wunderbar, weißt du das? Du sollst nur wissen, dass es mir nichts ausmacht. Es hat keine Bedeutung mehr. Zärtlich wusch sie seinen flachen Bauch. Sie ließ aber den Bereich unter seinem Nabel zunächst unberührt. Längst konnte sie sehen, wie sehr es ihn wieder erregte, was sie tat, aber sie genoss es, ihn ein wenig zappeln zu lassen. Bitte, Hermine, bitte berühr mich, auch, auch dort. In etwa so? Dann war es auch an ihm, sich an der Wand festzuhalten. Mit dem anderen Arm hielt er mühsam Hermine aufrecht. Merlin, ich, wir müssen hier raus. Er zog sie unter dem Wasserstrahl heraus, griff nach einem ihrer Handtücher und wickelte sie fest darin ein. Sich ließ er dieselbe Behandlung angedeihen und setzte sich dann erschöpft auf den kleinen Frotteteppich am Boden. Hermine sah erst einen Moment auf ihn hinunter, bevor sie vor ihm in die Knie ging, sein Gesicht in ihre Hände nahm und seine noch nassen Lippen küsste. So blieben sie lange, Stirn an Stirn, auf dem Boden sitzen. Erst als die Hexe leuchtfröstelte, erwachte Draco aus seiner Meditation. Dir ist kalt, Liebes, wir sollten uns anziehen. Du hast recht. Komm, Rosie wartet sich ja schon. Sie zogen sich an, wobei Draco Jeans und T-Shirt aus seiner Wohnung zauberte, da er am Vorabend nur in Jogginghose zu ihr gekommen war. Möchtest du Molly und Arthur Weasley nicht vorwarnen? Das wird nicht nötig sein. Du gehörst jetzt zu mir und sie werden damit zurechtkommen müssen. Trotzdem sollten wir apparieren und nicht gleich mit dem Feuer ins Haus fallen. Seite an Seite apparierten sie auf den Hof des windschiefen Houses. Draco blieb unschlüssig einige Meter entfernt stehen, als Hermine an die alte Haustür klopfte. Kurz darauf streckte Molly den Kopf heraus. Ah, Kind, da bist du ja wieder. Wir haben schon auf dich gewartet. Es gibt bald Abend. Abendbrot, hatte sie sagen wollen, als ihr Blick auf Draco fiel, der nervös den Kopf gesenkt hielt. Na nun, wen bringst du denn damit? Du kennst ihn, Molly. Draco. Draco Malfoy. Wir sind zusammen in die Schule gegangen. Zumindest überraschend lächelte die ältere Hexe mit einmal warm. Ach so, der Malfoy-Junge. Es hat mich damals sehr berührt, dass er Fred die letzte Ehre erwiesen hat. Warum kommt er denn nicht näher? Für Mine war es absolut neu, dass Draco Freds Beerdigung besucht hatte und ließ ihre Liebe zu diesem Mann noch mehr wachsen. Ich glaube, er ist nicht sicher, ob das angebracht ist. Molly, du, ihr, ihr müsst wissen, dass uns mehr als nur Freundschaft verbindet. Das habe ich mir, wenn ich sehe, wie du strahlst, schon beinahe gedacht. Macht er dich denn glücklich, Kind? Ist er gut zu dir? Und zu Rose? Das ist er, und Rose liebt ihn. Molly nickte und fasste Draco dann scharf ins Auge. Hey, hast du Hunger? Beinahe schüchtern traut Draco nun näher, hatte die Hände unsicher in den Hosentaschen vergraben. Guten Tag, Mrs. Weasley. Ähm, ja, schon ein wenig. Wann hat sie dir zuletzt was Anständiges gekocht? Anklagend deutete sie auf Hermine, die bestürzt feststellte, dass sie an Essen kaum gedacht hatte. Ähm, gestern Abend, Mem? Energisch zog die ältere Hexe ihn nun am Ärmel durch die Tür. Schäm dich, Hermine, der arme Kerl. Ich habe einen guten Eintopf aufstehen, Junge. Setz dich doch, es ist gleich fertig. Mit einem vernichteten Blick auf Hermine verschwand sie in der Küche. Fast hätte diese Dracos leise Stimme nicht gehört. Sie ist tatsächlich fantastisch, Hermine. Heißt das, ich bin schon jetzt sozusagen adoptiert? Genau, mein Schatz, da kommst du nicht mehr raus. Draco! Es war Rose, die dem Zauberer nun in die Arme flog und ihm die Sicherheit gab, all die Menschen zu begrüßen, die nun an den großen Tisch strömten. Nachdem einige Fragen beantwortet waren, fand er sich inmitten einer schwatzenden Großfamilie wieder und hielt Rose auf dem Schoß, die mit ihrer Tante Ginny kleinere Zauber übte. Nebenbei verhinderte er ein paar kleine Katastrophen, die die beiden zu verursachen drohten und tauschte verliebte Blicke mit Hermine. Als er später, viel später, mit Hermine an der einen und Rose an der anderen Hand den Heimweg antrat, gehörte er bereits fest zur Familie und musste sich Mollys knochenbrechende Umarmung gefallen lassen. Vielen Dank.